Tag 17 Was machst du denn? Kannst du jetzt mal bitte da auf weiter gehen? Karten der Begegnung findet den Raumfahrer von Okkut Held, okay. Oh, es regnet. Oh, das soll Regen sein. Jetzt wird es auch noch matelisch. Ja, lässt du mir bitte auch mal welche? Ja, so passt. Kannst du mit den Rosanen auch übers Wasser? Ja, ne? Ja. Ich brauche die gelben für... Dingens. Strom. Und ein paar von denen eigentlich zum Kämpfen. Ah, ist das alles... Kribbel, die Kribbel. So. Und jetzt... Wo muss ich hin? Wo haben wir jetzt hier eine... Da sind Dinger. Warte mal, da ist ja das hier. Da ist ne Frucht. Ja, das ist das, wo man da mit diesem Rätsel machen muss. Hier ist die... Irgendwie ist ne Brücke, die man bauen muss. Was ist das hier? Liegen der Steine? Doppenteile, ja. Komm mal, komm mal rein. Warum nicht? Was ist denn da? Ich geh mal hier rüber. Und was machst du? Ich warte, bis Blau kommt. Wie, bis Blau kommt? Ach so. Oh, das ist wie jetzt ein Regenbogen, siehst du? Hm. Ah, hier komm ich also nicht rüber. Da komm ich auch nicht rüber. Und das hier? Was soll das darstellen? Ich krabbel noch irgendwelche Sachen im Wasser rum. Oh, da muss ich ne Wand kaputt machen im Wasser. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe zu wenig, äh... Ich glaube, ich hole noch Gelber. Warte mal, ich muss erstmal die Steine ablegen. Nein, andersherum. Arrr, Listik. Achtung, ich hole jetzt ein paar... Gelb an. So, die kommt mit. Oh ne, Captain Oliver habe ich. Was? Ich hab Captain Oliver. Ich will den doch gar nicht. So. Okay. Ja, wie kämpfen die jetzt? Kann sein. Das stimmt. Ich seh's. Oh mein Gott. Was stimmt mit dem Fien nicht? Warum stehen alle anderen immer nur dumm herum? Nur einer greift das an. Und weg ist er. Und weg ist er. Dieses grünere T-Shirt. So, der ist schon mal down. Oh mein Gott, was ist mit dem? Greift das an. So. Ich hab noch alle 10, okay. Ich hab einfach zu wenig blaue, ey. Braucht jetzt 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, kommt schon. Alter. Jetzt trag mal das Vieh hier aus dem Wasser. Können wir den vielleicht mit dem pinken angreifen. gehen die unter was für ein boss ich habe jetzt erst mal ab und du kommst dann schönen mit ja was braucht der beging was sie denn stein Diner Okay, jetzt hol auch Kämpfer. Hä, warum hab ich das? What? Hol auch Kämpfer. Tu die anderen einfach zurück. Steine und rote. Rote? Ja, rote sind auch gut im Kämpfen. Oh mein Gott. Du hast doch jetzt Pfeilstoff, ist doch egal. Ui, die Steinarmee. Let's go! So, wo lang? Das war hier. Ach hier, kannst du haben. Nein, hier. Pigments in Gefahr. Im Wasser. In welchem Wasser? Hä? Ich höre Wasser. Pigments wegen Gefahr sind. Ja, wo? Oh, ich hab ne Infoblatt gefunden. Wirst du das nicht? Da! Wo? Da unten! Ja, wir sind ja da reingefallen. Keine Ahnung. Kommt doch hier. Er ist tot. Ja, egal. Dann weiter. Okay. Leider ist er verstorben. Aber okay. Let's go here. Hier lang? Ja. Also, wir besiegen erstmal den einen. Da. Ui! Das ist der einen. Und das Wasser macht dem nichts aus. Ja, gleich schon. Pass auf, nächster. Zack. Oh mein Gott. Und da kommt schon der Boss. Okay. Und jetzt einfach mal aus. Aai! Attacke! Greif das an, was das auch immer ist. Mr. Krabs. Mr. Krabs wird zerstört. Mr. Krabs. Zack. Oh, wir haben's. Oh, okay. Was ist das? 1, 2, 3, 4. Ah ne, wenn die aber die Früchte rüberbringen. Egal. Das sind doch noch Früchte. Ja, ach so. Aber das Vieh? Ja, und das Vieh. Und? Lass das erstmal rübertragen und vorher, bevor es dann rübergebracht worden ist. Was gibt's jetzt hier? Da oben eine Infotafel. Ach ne, doch nicht. Das muss man von hinten. Oh, seid ihr Strunze oder was? Alde, Alde, Alde. Boah, sind die dumm. Oh, sterben einfach da so. Abgefahren. Ey. Ach, es gibt keinen mit denen hier. Fährt doch auf, welche noch mehr da hinzuwerfen. Die sterben doch nur. Ja, dann schicken wir gleich einfach. Ja, gibt's hier drin jetzt noch irgendwas? Ne, von hier kommt man da nicht durch, ne? Nö, nö. Also, war das eigentlich für was anderes gedacht. Hm, hm. Wo geht's jetzt überhaupt weiter? Ach so, hinten, wo ich eigentlich war, mit meinem blauen. Kannst du mal welche zurückgeben? Warte, ich spüge die erstmal. Ja, mach erstmal, okay. Ja. Da kommen ja noch welche. Ja, ja. Ich auch. Ja, ja. Ich auch. Äh, warum? Ich will auch blauen. Ja, ich wollte eigentlich die Mauern unten abbauen. Ja, aber dann mach ich mit mir. Du bist schon grad die... Tu die drei rein. Tu doch grad die drei rein. Oh, hier ist das nervend mit den Viechern. Ey, mein Gott. So. Geh ich schon mal vor. Ey, ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich jetzt hin muss. Muss ich hier durchforsten alles? Das Wasser durchforsten. Äh, forsten. Friptzen. Wo geht's denn hier? Ey, jetzt eigentlich am Baumstamm ist das zu fassen. Oh, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Oh, Alde. Warum hab ich dich jetzt schon wieder am Invent? Warte. Captain Oliver. Nicht Oliver. 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 Ist... Da. Oben. Also müssen wir irgendwie hier... Das ist noch... Über die Brücke. Ja, da ist auch eine Brücke. Also das... Vielleicht durchs Wasser oder so. Geh mal weiter. Ja, dann lass uns durchs Wasser. Let's go! Hier sind Teile, hab ich gefunden. Schütze mal. Ich muss mal hier das Vieh downen. Ey, du hast mir alle geklaut. So, hier wird jetzt erstmal alles abgebaut. Du hast mir alle geklaut. Was? Pinkmans! Wieso? Du hast doch... Hä? Ich hab keine. Hä? Warum hast du keine mehr? Du hast mir die alle geklaut. Ah, jetzt bauen die die Brücke wahrscheinlich fertig. Hab ich. Oh, hier. Ah, das kann man auch zerstören. Kann man auch nicht zerstören. Ach, das muss man mit den Fliegernden machen. So. Aber von hier aus dem Wasser komme ich da nicht dran. Guck mal, ob du die hochkriegst. Ich guck mal weiter im Wasser hier, ob noch was ist. Ja, hier ist die Mauer. Guck mal, hier rum ist ein Vieh. Ich schläft. Wir brauchen Steine. Ah, supi. Guck mal, hier rum. Na los, mach das mal schneller kaputt hier. Soll ich schon sonst noch hier machen. Ohne Frucht. Perfekt. Was bringt mir das? Das ist die jetzt da unten in die Mauer zerstören. Wo ich dann hier hin kann. Nichts oder wie. Da ist die nächste Mauer. Toll. Einfach nur ein Wasser durchweg. Tolle Sache. Was ist mit dem da oben? Hallo. Wir kommen überhaupt nicht voran hier auf dem Land. Hilfe. 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 Das ist noch down. So. Und ausschwärmen. Oh, was ist denn das für ein Grubbelbubbel? Was ist los? Irgendwas krägt sich an, oder was? Warum sterben deine Männchen? Ja, du musst mit den... Achso, von oben kannst du die nur anheben. Wenn du draußen bist, aus dem Wasser mit dem pinken. Äh, aber erstmal so mit später halt. Wie soll man da auch gehen? Währenddessen läuft die Zeit und ich bin nicht bereit und weiß nicht, wohin ich noch laufen soll. Kannst du mir dann gleich helfen, das hochzuheben? Ah, von hier kann ich dich nicht draufwerfen, ist das zu fassen? Was? Ich brauche schon Hilfe, das hochzuheben. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja, das ist 10 und ich brauche noch 3. Ja, prima. Wo bist denn du? Da vorne. Da kann ich noch gerade hinkommen. Währenddessen bauen die anderen die Sachen ab. Was gibt's da tolles, Tonne? Ah, die konkrete Sachen raus. Du wirst doch einfach hier ins Wasser hüpfen können. Guck mal. Zerstöre Blasen und Pikmin aus ihnen zu befreien. Ah ja, und wie komme ich jetzt wieder raus hier? Hier ist ein kleiner Durchgang, guck mal. Hä? Bin ich denn? Da war schon. Hä? Ich blick's gar nicht, ey, wo ich hier bald bin, ey. Hä? Das ist... Hä? Was? Da ist noch ein Stern. Was macht der? Was kann der? Was gibt's da? Da ist schon viele Sternbaustellen drin. Alter, wo bin ich denn? Ist das einfach nur die andere Seite? Hä? Was ist das hier? Hä? Alter. Ich hab Dinger gefunden. Los, sammeln sie ein. Oh mein Gott. Alter. Ich hol Steine, ich hol Steine. Der will mich doch jetzt nicht angreifen. Mit Steinen kommst du doch gar nicht hier übers Wasser. Oh mein Gott. Mit Fliegenden kannst du nur holen. Ich weiß aber nicht, wo die die jetzt hin... Oh mein Gott. Wo sind meine... Was machst du denn? Wo bist du denn überhaupt? Keine Ahnung. Ich bin kreuzen quer gelaufen. Äh, wo sind meine Pigments? Vielleicht mal die Teile wegbringen. Ach so. Ich glaub... Meinst du tut mir weh? Ja. Jetzt aber schneller. Vorbei. Hilfe. Oh, ich wollte... Hä? Hier geht's ja auch lang. Hä? Das ist direkt hier um die Ecke? Was ist los? Hallo, bleib mal hier. Hallo. 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 Guck mal zurück, Freunde. Hilfe. Komm und hilf dir. Hilfe. Oh mein Gott. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Aufs Auge drauf. Aufs Auge drauf. Dann bist du blind. Dann bist du blind. Ha. Hab ich doch gesagt. So. Und jetzt greift es an. Oh oh. Beeilung. Nein, zerstört es doch irgendwie. Oder muss in beiden Augen zerstört sein? Hä, wo ist denn? Der hat ein neues Auge. Der hat ein neues Auge. Nein. Ich glaube, keine mehr. Ja. Ach so ist das. Oh mein Gott. Wo hat der... ...kriegt der langsam Energie abgezogen, ey. Schabalager. Also. Super, ey. Ey, warum kratzt du nicht das Auge an? Ich werde die sonst ja auch anbrechen. Kurs. Ah. So und jetzt. Und jetzt die... Letzte Teile hier. Und links die Brücke noch, hätte ich kriegen. Oh, die Frau. So. Perfekt. Dann haben wir doch alles. Ach, wir haben das fertig. Was ist denn? Hallo, hallo, hallo. Kommt die mal wieder zu mir. 35 Stück sind noch irgendwo offen. Wir müssen schnell ans Raubstück. Schnell. Gleich vorbei, gleich vorbei. Ach, da sind sie ja. Zumindest ein paar. So, jetzt sind nur noch ein paar offen. Ja, das sind hier. Ich guck mal, was es hier alles gibt. Äh. Äh. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt... So schneller, Leute. Bin ich denn? Ja, ihr habt's gleich. Ich habe keinen Schimmer, wo ich jetzt hier gelandet bin. Unsicherheit. Ist da einer? Hä, ich bin wieder beim Raumschiff? Da ist doch einer. Oh, da ist doch einer. Alter. Ich hoffe, er kommt schnell. Nee. Er hat's nicht geschafft. Nein. Warum? Der Pac-Man ist tot. Einbauer. Wow. Sternimittart. Wenigstens haben wir wieder was. Boah, guck mal, wie viel wir schon wieder haben, ey. Aber nicht so viel wie letztes Mal. Die kriegen wir ja wahrscheinlich irgendwann mal wieder. Ja, hoffentlich. Somit geht Tag 17 zu Neigen. Tag 17. Nach gründlicher Beobachtung der Flügel-Pigmin kann ich sagen, dass sie nicht besonders gut im Kämpfen sind. Doch da sie fliegen können, gibt es Aufgaben, die nur sie erledigen können. Wir sollten gut auf Gelegenheiten achten, bei denen sie ihre besonderen Talente zeigen können. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020